Sehr geehrter Herr Präsident, Herr Minister, meine Damen und Herren, diese Bundesregierung hat fertig. Trotz erneuter Rekordsteuereinnahmen behauptet die Ampel, dass jetzt an den Ausgaben gekürzt werden müsse. Dabei wissen wir doch alle, wofür dieses Geld verschwenden. Grüne Inflation, unbegrenzte Massenmigration und Sozialsysteme, die dümmste Energiepolitik der Welt, die nachweislich völlig nutzlosen Russlandsanktionen und Abermilliarden für unmögliche Entwicklungsländer. Darunter sind übrigens auch die Taliban, die Weltmacht China und Indien. Indien hat übrigens erst vor Kurzem erfolgreiche Mondmission gefeiert, meine Damen und Herren. Also für Hinz und Kunz und die ganze Welt verschleudert diese Ampelregierung. Unsere harte Arbeit ist das Geld unserer lieben Steuerzahler, die täglich da draußen aufstehen und für uns arbeiten. Nur für die Deutschen selbst bleibt nichts übrig. Deutschland verarmt und verantwortlich dafür ist einzig und allein diese Ampelregierung, meine Damen und Herren. Da spiegelt sich leider auch im geplanten Haushalt für die Landwirtschaft wieder. Hier hat der Minister ausgerechnet bei den Mitteln für den ländlichen Raum den dicksten Rotstift angesetzt und will knapp 300 Millionen Euro Ersatz losstreichen. Damit entziehen Sie den ländlichen Raum im kommenden Jahr rund eine halbe Milliarde Euro, wenn man die Kofinanzierung der Länder mit einbezieht. Viele Bundesländer haben deshalb notgedrungen, bereits jetzt umfangreiche Förderstoffs für zahlreiche Agrarumweltprogramme kündigen müssen. Das muss man sich einmal vorstellen. Hier wird einer der wichtigsten Wirtschaftsbereiche Deutschlands, der ohnehin seit mehr als zwei Jahren schwer unter den massiv gestiegenen Energiekosten und der lähmenden Überbürokratisierung leidet, bewusst mit einer weiteren halben Milliarde Euro belastet. Was für Wahnsinn und was für Schlag ins Gesicht für die bäuerlichen Familienbetriebe, die strukturschwachen Regionen und für den Naturschutz, meine Damen und Herren. Auch die Tierhaltung lässt der Minister allein im Regen stehen. Seit Öztimers Antritt mussten bereits 3 600 Schweinehaltebetriebe ihre Hoftore für immer schließen. Die Zahl der Schweine ist im gleichen Zeitraum um knapp 4 Millionen Euro gesunken. Noch nie gab es seit der Wiedervereinigung weniger Schweine in Deutschland. Das bedeutet natürlich wieder, dass auch unsere Importabhängigkeit bei den hierzulande verzehrten Edelteilen vom Schwein noch nie größer war wie jetzt. Wenn die Schweinehaltenden Betriebe nicht schnell eine spürbare Unterstützung bekommen, dann wird dieser Strukturbruch in der Schweinehaltung erst der Anfang sein. Da nützen die eventuell eingeplanten 150 Millionen Euro übrigens auch nichts. Denn das ist a erstens nur ein Tropfen auf den heißen Stein und b haben mehr als 90 Prozent der Betriebe ja überhaupt keine Chance, jemals diese Mittel ranzubekommen. Das weiß der Minister auch, aber deswegen lobt er es immer wieder so hoch. Gleiches gilt für die Weidetierhaltung. Seit Monaten drücken Sie sich um das Thema Wolferung. Dabei hat sich doch gezeigt, dass das gegenwärtig praktizierte Herdenschutz sich als völlig unbrauchbar erwiesen hat. Wenn der Wolf nicht bald reguliert und kontrolliert bejagt werden darf, dann verlieren wir als Nächstes die ökologisch wertvolle und artgerechte Weidetierhaltung in Deutschland, meine Damen und Herren. Aber immerhin waren Sie von Anfang an ehrliche Ärzte mir und haben stets betont, dass Sie die Tierhaltung in Deutschland halbieren wollen. Dass Sie das jedoch so brutal und auf den Rücken der Bauernfamilien durchziehen würden, das habe ich mir selbst nicht vorstellen können. Aber, sehr geehrte Damen und Herren, insgesamt kann ich den vorgelegten bauernfeindlichen Haushaltsentwurf nur als bodenlose Frechheit bezeichnen. Wer die deutsche Landwirtschaft in einer so schwierigen Zeit noch massiv zusätzlich belasten will, der scheint mit seinem Amt hilflos überfordert zu sein und sollte über seinen Rücktritt nachdenken, meine Damen und Herren. Mit uns ist diese unverantwortliche Haushaltspolitik jedenfalls nicht zu machen. Aber zum Glück haben ja die Landwirte mit uns von der AfD eine gute Alternative, auf die sich die deutschen Landwirte immer verlassen können. Der nächste Landwirtschaftsminister in diesem Bundestag heißt Stefan Protschka. Danke für die Aufmerksamkeit. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Nächster Redner ist der Kollege Dr. Gero Hocker, FDP-Fraktion.